Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's by Batman Upcoming Night. 100% von, wir spielen die Challenge Guide, den Ezreal ist dran in Schwindlerhöhe. Nehmt den Minigun, schützt ihn zuletzt vor, Führer ein Eis, Schmettern ausschalten aus und schaltet alle Sennigs aus, um dabei in Deck zu werden. Easy, lemon squeezy. Ist ja gerade keine Herausforderung hier mehr. Aber diese Worte werden sich noch bösrechnen. Und jetzt, da ich es immer gesagt habe, wird irgendwas passieren, das weiß ich. So ist es immer. Jedes Mal. Ich meine, die ersten drei sind eh klar, wenn ich die ausschalte. Und wo. Das ergibt sich halt eigentlich auch aufgrund der Tatsache, wie die positioniert sind. Wobei ich natürlich auch ganz anders vorgehen könnte. Wie von wegen, ähm, was weiß ich. Die Sachen von denen manipulieren, dass es nach hinten losgeht. Aber die Gefahr hin, dass das Spiel das dann wieder registriert, als ob ich gesehen worden wäre, mache ich es lieber anders. Soll ich dich durch die Wand ausschalten? Kann ich machen. So, den Schütz machen wir zuletzt. Boah, hab ich gerade wieder Frame-Einbrüche. jedes Mal, wenn's hier hoch geht. So, Eisschmettern wollen wir machen. Der steht ja schon. Perfekt. So lang die Pause. So lang die Pause. Begegnet das. Ne, da ob'n ist nix. Du bist ein bisschen zu spät da dran. So, und Tschüss. Noch eine? Du bist der letzte schon. Bin ich gut. Hey, mein Großer. Die Sonne steht schon ganz tief. Mal sehen, wer die Anspülung kapiert hat. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Kommentare, nicht Premiere, ne? Musste ich das nicht schon mal sagen? Ich klapp schon.